So, da sind wir schon. Geht los! Und ich mache heute mein Training. Und ich werde mich an meinen Bankdrücken ausprobieren. Ich bin müde und kaputt, aber bei YouTube wird nicht gejammert. Mein Ziel ist heute 100 bis 3er zu machen. Ich bereite mir mal so 100 Kaffee hervor. Und meine alten Leistungen anknüpfen ist das Ziel. Jetzt bin ich 150 und machen wir so einen 3er. Willst du mit raus, Gio? Okay. Komm, komm! Wann? Wann ist das? Wann kommt rein? Wann ist das? Ja, ich verstehe. 153 geschafft, jetzt schätze ich die Frage hier 160. Machen wir mal zwei. Oder ich wähle 170. Was sagst du? 160. 160. Okay, gut. Ja, für meine Kiruhe. Jetzt sind wir auch mit in Vorbereitung auf die Herbstsaison. Mit diesen Dingen hier kann man gar nicht seinen Arm richtig sehen. Warum habt ihr so blaue Köpfe? Weil die alten Herren sich anstrengen. Das ist ein richtig geiles Bein für den Abend. Haben wir natürlich auch für euch ein bisschen festgehalten. Das ist ein mega geil, richtig cooles Ding. Das war richtig, richtig toll. Ich hab's aber einfach Kreuzchen gemacht. Die Kiru hat gerade für den Bodybuilding, die Pumper-Style. Die hat's einfach nur kaputt gemacht. Ganz unterschiedlich kann das sein. Und ich bin auch morgen auf dem Fahrrad gefahren. Das war kein... Das war... Scheiße. Zehn Kilometer einmal. Zehn Kilometer. Ich bin jetzt auf 160 Kilo, drücken wir mal die Daumen. Ihr habt vielleicht in dem letzten Video gesehen, wo ich mit Korall Wackel gemacht habe. Mit Korall Bromänder habe ich glaube ich 175 oder 180 Grad so mit Achenkracheimer gedrückt. Jetzt will ich auf 160 Kilo mal gucken. Ich mache jetzt die 160 Kilo in 3 oder 2. Sagt ihr 3 oder 2. Wie lange trainierst du schon? 21 Jahre jetzt. Oha. Und im Moment ungefähr 10. Wie schwer bist du? Ich wiege im Moment 110, 112. Und du? Ich wiege 130. Und los! Hust. 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 Gumm. Hust. Ein. Jawohl. Komm. Zwei. Und noch ein. Locker weg. Jawohl. Easy. Easy. Aber geh mal, wenn du dich so nahe dich ran kriegst. Dann krieg mal Bekremungsängste und habe Angst, dass du mit dir handigreichst. Weißt du? Nein. Ja. Denkst du ich? Ne, aber bin doch auf dem Film zu sehen. Was sagst du zu der Aussage, Leistungssport ist kein Gesundheitssport? Gehe ich nicht ganz konform, weil nur ein gesunder Körper kann langfristig performen. Nur wenn du gesund bleibst, kannst du auch Leistung bringen. Insofern, wenn irgendwas kaputt ist oder nicht ganz fit, dann gilt es immer, die Leistungsfähigkeit sich auch was wieder zurückzuhalten. Das Problem ist natürlich, wenn du ein Spiel hast oder ein richtiger Termin, dann kurzfristige Verletzungen wieder fit spritzen oder so. Das ist natürlich, also im Fußball ist immer sehr fragwürdig. Das heißt, wenn du die Schmerzen des Körper ignorierst und dann trotzdem weitermachst, das wird natürlich auf lange Sicht nicht funktionieren. Leider stehen hinter Wasser. Streckst du die Arme durch beim Bankdrücken? Sieht man das nicht. Sonst würden sie vielleicht nicht fragen. Komplett in den Lockdown, Leute. Vollständig im Leben, grundsätzlich vor der Lockdown. Hier wird gefragt, kennen wir den Herrn schon? Damit meinen sie bestimmt dich. Kiro. Wir haben mal einen Formcheck gemacht. Wir haben schon mal ein Video zusammen gedreht. Muss ich vielleicht mal eine Info-Karte reinmachen. Kiro Feldmann hat sein eigenes Gym hier in Fallingbostel, wo wir gerade sind. Ein sehr cooles Gym. Seit 2009 arbeiten wir zusammen. Habe ich ihn auf Wettkampf vorbereitet. Ja, relativ frisch. Das ist doch relativ neu. Ja, ist ja so. Du hast aber auch schon alle Gesamt-Titel gesammelt. Wie lange trainierst du schon? Ich trainiere mich. Ja, eigentlich wäre es seit 2007 ungefähr. Vorher war der typische Disco-Trober-Style vorher. Insgesamt Trainingsjahre habe ich auch schon 25 Euro. Aber okay, das ist ja noch Verstand. Nicht schlecht. Johannes, welche Cardio-Übung ist die beste? Cardio-Übung, am Ende ist es ja egal, wie du das Herz belastest. Es geht ja darum, dein Herz-Kreifersystem zu stimulieren. Und da ist es dann bitte egal, ob du einen Crossburger machst oder Laufband. Ich würde tatsächlich vom Gesundheitsaspekt her sagen, zügiges Gehen. Wenn du richtig gehst, ist es eine richtig coole Sache, weil dann einfach auch das Bewegungsmuster ist, was am nächsten in kleinen Wochen ist. Nehmen wir hier draußen und nicht auf dem Laufband. Laufband ist ja eher unfunktional, weil das Laufband löst du treu. Du musst dich ja nicht abschieben. Du hast keine Hüftstreckung. Aber am Ende müsste irgendwas aussehen, was Spaß macht. Irgendein Cardio, du kannst auch, ich sage mal, im Geschäftsverkehr mit einer Freundin ausnehmen oder mit einem Freund. Das ist auch okay. Wenn du das nicht jetzt so machst, das geht völlig da. Ich persönlich mag gerade fahren sehr, weil das meine Rundschung schont. Ja, Kiro gehört jetzt auch zu einer Radfahrerin. Ja, natürlich. Du kannst natürlich zuhause mit einer Freundin auch einen Intervall mit reinstehen. Also mit Tränen und was machen. Genau. Bloß die Stombo verstecken und den Puls gut, weil sonst wird es peinlich. Genau. Also ich mach mal wieder verschlüssel hier drauf. Hast du keine Angst wegen Abwertungen wegen deinen Tattoos? Nö, das ist, ich starte beim NAC und eigentlich ist das mittlerweile ja gang und gäbe. Ich meine, die Ausnahme ist heute eigentlich eher, wer hat keine Tattoos. Aber man kann das überschminken. Es gibt sogenannte Klatschfarbe zum Beispiel, da wird das komplett übergeschminkt. Welcher Vorbereiter empfiehlt ihr in Berlin? Natürlich, ich verstehe die Frage nicht. Bökel Lothar ist auch noch sehr gut. Ja, genau. Bökel Lothar. Ansonsten? Ja. Leute, ich bin jetzt bei 170 Uhr angekommen. So, genau. Konzentration jetzt. Und ich glaube, ich werde dir sicher machen. Nimm die Hände wirklich wieder reinmachen. Hast du nicht zugehört? Okay. Entschuldigung. Nun sollst du nichts machen. Wolltest du ja? Ich wollte nicht alles machen. Wenn du es nicht unterlassen. Nur bei solchen Geschichten. Aber ich werde in drei ein bisschen solide kommen, sodass ich nämlich mehrere Sätze damit schaffe. Das ist die Idee. Vielleicht vier mal drei oder so mal gucken. Okay. Das heißt, eigentlich müsste ich vier schaffen. Genau. Und danach macht ihr mal einen Bizeps-Vergleich. Wird gewünscht. Also jetzt. Los. Wie muss das funktionieren? Was ist denn da eben nicht erkennen? Okay, 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 okay. Ah! Oh, komm! Eins, zwei. Oh! Jawoll! Jawoll! Das ist sehr schauber. Flüssig. Locker weg. Nice. Nice! Oh, die sind leicht. Jawoll! Oh, die sind leicht. Da geht mal 180. Mach schnell den Herbst, sonst ist es zu kalt. Tue nochmal. Ach, ist gut. Ich finde sie gut. Ja, aber auch schon viel zu schwierig. Ja. Ja. Los, ein bisschen auch mehr jetzt hier. Wie viel Fleischkreischen. Wie jetzt? Komm mal. Push. 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 Dann trainierst du halt komplett Arme, ne? Ja. Und ich mache... Bizeps, los. Bizeps-Vergleich. Oh, das ist gleich. Da. Verzeugt euch selber. Ja, die sieht man ja nicht alles. Ist alles eingepackt. Ja, das sieht man doch. Ja, das sieht man doch. Ja, das hat einen ligeren Arm bei dir. Da habe ich einen ligeren Arm. Den Knie. Ey, da war echt leicht. Also ich bin jetzt im Versuch unten. Aber eigentlich würde ich mich darüber freuen, dass sie so leichter und meine 5 mal 3 machen. Laut Regisplanung, meinst du ja nicht zu wechseln. Die letzte Höhe, das macht ja gar nichts. Wie alt seid denn ihr beide? Boah, ich bin ganz alter Sack. Ja. 46 werde ich. 38. Ich bin der Ur-Deutscher. Ich muss sagen, meine Hand bringt sich richtig gut hier oben. Muss ich ehrlich sagen. Die ist nicht verboten, sie sind nicht fit. Sorry, mein fit war aber... Die Hand sind halt immer sehr günstig. Johannes, du sollst mehr Schulter trainieren. Ja, du sehen halt echt flach aus. Ja, ein bisschen. Oder du musst einfach mehr essen. Du isst zu wenig. Ja, das ist jetzt auch oben die Schultern. Heute ist Brust-Prio. Oberkörper mit Brust-Priorität. Aber was soll ich machen? Das ist ja schmal. Schaut mal. Entschüss, wie schmal das ist. Ja, das war jetzt zu Kilo. Aber das Wichtigste ist ja, holt das mit Maximum aus eurer Möglichkeiten raus. Ich kann meine Schultern nicht breiter machen, als sie eigentlich sind. Gut, ich kann versuchen noch mehr Freibstand zu packen. Sag mal, sag mal was. Soll ich 170 Dreier, soll ich hier weiter machen oder soll ich 180 kriegen? 180. Das hast du doch gar nicht gelesen. Das hast du ja gesagt. Ja. Kommen Sie zu. Also Ziel für die Wettkampf sind auf jeden Fall... Mach ich hier nicht umsonst einen Live-Schoice. Wenn ich 180 Dreier schaffe, dann sollten die 200 auf jeden Fall ganz sicher sein. Der Kiro macht seinen Satz. Der macht kürzere Pause. Als ob du 38 Jahre alt bist. Glauben Sie nicht, ne? Ihr seid Arschlöcher. Er sieht aus wie 26, oder? Ja. Wenn man genau hinschaut, ich bin topfrisch. Dann würde ich meinen Bart abmachen. Oh, hier Streifen. Streifen. Das ist richtig... Los, Kiro! Brüllen kann er schon mal. Das ist gut für YouTube. Kleines Brüllschwein. Schneiden ist aber gut für YouTube. Was sagt die Pause? Zweieinhalb Minuten, ein bisschen brauche ich noch. Leute, haut eure Fragen raus. Was macht ihr eigentlich um diese Zeit bei YouTube? Das gibt es ja gar nicht. Stimmt es, dass wenn man mehr schwitzt, auch schneller abnimmt? Nein, nein. Ein kollektiver Synchronismus. Nein! Also dann wäre Johannes bestimmt schon ein Hungerhaken. Das ist ziemlich fies. Ja, das ist nicht was du meinen bist. Der hinterher am Beschweren lassen, wenn wir intensiv dringend, die Pause lang genug zu gestalten, bis zu fünf Minuten sind völlig okay. Denn nur dann könnte er wieder vollständig heiß sein. Bist du schon wieder soweit? Zeig her. Weil es hat so viel Brust wie ich Arsch. Ich hab gestern zu wenig gegessen. Die sind vielleicht wieder flach. Flach im Kopf, meinst du? 3,28. So, Leute. Gebt mir meinen Daumen hoch, wenn ihr die scheiß 180 dreimal sehen wollt. Ich will eure Daumen sehen. Okay? Mach die nur, wenn ihr die Daumen. Siehst du das? Ich kriege Daumen hoch. Ja, kriegst du. Ja, oh, er geht hoch. 20 mehr schon. Wir haben das alles schon mal gemacht. Daumen, Daumen, ja. 30 mehr. Dann komm mal ruhig weg. Über 40 mehr, komm. Wenn das keine Motivation ist. Ah, eins, zwei. Komm. Ist leicht. Easy. Eins, jawoll, komm. Jawoll. Zwei. Juhu. Jawoll. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. In der Mitte da ein bisschen langen gewonnen. Vor 20, das können wir halt 20. 183er machen. So. Richtig geil, Leute. Also beim Bankdrücken läuft es schon ganz gut. Man kreuzt ihn, hängt schon ein bisschen hinterher. Aber das habe ich halt auch so viel Jahre lang nicht mehr. Gut. Wie viel Kilo ist euer persönlicher Rekord beim Bankdrücken? 224, wir brauchen Wettkampf. Und bei Kiro? Ich weiß es nicht. Kiro, hast du in der Bestleitung gemacht? Äh. Antwortete Sau. Habt ihr das Video von gestern gesehen? Vom Preu 10 habe ich gegen Cora verloren. Zieht euch mal das letzte Video von gestern rein, Mann. Das war so krass. Ich habe das dreifache Seines Körpergewicht gezogen. Gehoben. 49 Kilo Körpergewicht hat 2,50 Kilo gehoben, der Hund. Wahnsinn. Was denn jetzt, Kiro? 2,10 Kilo, aber nicht auf Wettkampf. Alles was nicht bei YouTube oder im Wettkampf war, gilt nicht. Ja. Gilt nicht. Dann habe ich gar keine Bestleistung mehr. Ich war weder bei YouTube oder auf YouTube. Scheiße. Ich fahre nach Hause. Hast du verkackt? Tschüss. Du hast doch eine Beide. Guck mal, ich zeig mal, wie ihr Kilo im Bestfall aussieht. Das war 2015 oder war das? Das war 2015 Freiklassics. Genau. Da wo du den sechsten Platz gemacht hast. Ja. Ja. Sieht schon nach Bodybuilding aus, oder? Ein bisschen, ja. Kann man anbieten. Ja. Ich denke auch noch ein paar. Sechster Platz, wir sind näher zu lange. Ich war vier Kilo. Ich war vier Kilo zu schwer für die Menstru 17. Wie lange hast du da gewohnt? 102 Kilo. 102 Kilo. Also noch 8 Kilo. Differenz zu der Zeit. Okay, dann hast du weniger Muskeln, oder? Ich esse einfach in der Off-Season eigentlich grundsätzlich. Nicht genug. Ja. Ich war nicht sauber genug. Nee, nicht genug. Du isst nicht genug. Und ich baue in der Vorbereitung. Komischerweise immer erst noch Muskeln auf. Ja, das ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass man auch außerhalb der Saison sich immer ordentlich ernähren sollte. Qualitätsessen. Performance Food. Wann dehnt ihr euch vor, dann nach dem Training? Äh, ich gehe. Antwort gelübt sie, ja? Also ich mobilisiere mich, sofern es notwendig ist, vor dem jeweiligen Training. Das heißt, Übung ich liebe, wo ich eine erhöhte Mobilität brauche. Mobilisiere ich. Das ist vielleicht nötig. Das ist auch tagesverantwortlich. Und heute habe ich zum Beispiel weniger mobilisiert, mehr aktiviert vom Bankdruck. Weil wenn du zu viel mobilisierst, kann ich natürlich auf die Leistung drücken. Also immer nur so viel wie nötig, Leute. Und das ist das Wichtige. Ihr müsst euch nicht herausfinden, wie viel nötig ist. Das ist das Wichtige. Wie findet ihr Ronny Coleman? Team Forever! Der König. King of all times. Hör weiter! Hör weiter! Hör weiter! Hier flüssig! Und! Und voll. Boat! Buuu! Rödi. Und wer ist denn da? Der Funde kann auch ziehen. Buuu! Ihr könnt ruhig oben ein bisschen Schwung holen, um dann wieder in die end-konfektionsphase zu gelangen. das ist gewollt. Du sollst mal ein Video dazu machen, was man am besten vor dem Training und nach dem Training isst. Essen? Ja. Pass auf, genug Eiweiß, 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm liegt und natürlich genug Kalorien. Also wenn ihr den ganzen Tag unterwegs seid, es gibt auch kein perfektes Lebensmittel. Ich denke einfach, was grundsätzlich fettarm ist vor und am Training sinnvoll, weil vor dem Training lässt sich schnell verdauen und nach dem Training geht es auch schnell zu gut. Und natürlich immer cooler als der Intimulation mit. Aber selbst das ist auch nicht so wichtig, wenn ihr Grundtraining dafür sorgt, dass ihr genug Nährstoffe drin habt. Ich zum Beispiel hatte 600 Kalorien, vor 4 Stunden habe ich dann hab ich gegessen. Was? Vor 4 Stunden hab ich gegessen. Nichts? Nein, das ist alles. Nur den Shape jetzt in der Minderung. Gestern hatte ich 3.500 Kalorien. Man merkt so, der wird ein bisschen flach. Aber es ist immer noch genug gespeitert im Tank. Der Druck geführt, ne? Ist ein bisschen. Aber Kraft ist auch nicht da. Hast du Vorbilder? Dieser kleine Schubkasten, den bist du für dich auf der Kasse, oder? Eigentlich nicht wirklich. Ich weiß nicht. Also wenn es um die Dore geht, Yates. Definitiv Yates. Alles was danach kam, was ich hoffe. Dorian Yates, letzter Olympia 1997, glaube ich, war es. Genau, wir haben noch den letzten Olympia gewonnen. So Leute, ich bleib jetzt bei den eigentlichen 170, die ja jetzt 180 geworden sind, und versuche nochmal ein 3er zu machen. Wobei wir davon ausgehen können, dass die dritte Wiederholung richtig schwer wird, weil die Vorhinsschule sehr schwer wird. Daumen, 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 Daumen. Los. Und los. Und los. Und los. Jawohl. Luft. Jetzt zwei. Letzter. Und komm. Ja, ja, ja. Und los. Juhu. Aber nach der 82. Drittu ist richtig hart. Die 2. war nicht ganz gut getroffen. Aber die dritte war vielleicht besser. Schon wieder um Hilfe. Da hast du einen kleinen Hänger gehört. Ja. Das war für mich immer spannend, im Nachhinein mir die Wiederholung anzuschauen, weil man ja selber gefühlt, das ist immer schwierig, das Gefühl und die Realität gehen manchmal nicht konform. Das ist was völlig anderes. Du denkst, das war extrem schwer. Ja. Und guckst dir das Video an, denkst du, oh, doch, klatsch. Was empfiehlst du Frauen im Muskelaufbau? Schweres Grundlagenträgen. Genauso hätte ich was gesagt. Was für Übungen vielleicht? Kniebeugel, Kreuzheben, Ausfallschritte, Knippzüge, Liegeschlitz, Beugelschlitz und Überkopfdrückenvermessung. Das gibt Formen. Das gibt Muskeln. Das gibt Muskeln. Du kannst das billige gehen. Alle Frauen sind wesentlich belastbar als Männer. Zumal ich auch leichter anlassen trainieren. Also das ist ein Fall. Mädels, Reimannseisen. Schwer heben, schwer beugen, schwer rücken. Fertig. Wann kommt wieder ein Video mit Paul? Oh, Paul ist geplant. Der Name ist auch bei Paul auf dem Kanal. Ich zeig's gar nicht. Mal gucken. Nächste Woche, versprochen. Nächste Woche, kommt wieder auf den Paul. So, ich geh jetzt mal gucken. Da ist er ja. Da. Wo steckt jetzt? Hast du eine Tasche irgendwo? Ne, mit meiner Nase schnauben. Gleich wäre das für den Konsum. Bis dahin musst du meine Mann unterhalten. Scheiße. Wir beobachten dich einfach beim Aufbau. Einfach. Ich hab angefangen mit Brustaus am Seil. Erstmal ein bisschen Blumen reinzuschicken. Und jetzt kommt French Press. Ich möchte dir gar nicht zu freuen werden. Ich bin noch nicht ganz so gut. Also Livestreams. Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Aber das ist heute besser mit der Zeit. Trainierst du über Freitagsarme? Nein, eigentlich Samstags. Aber da wir morgen noch was drehen wollen. Mit Fredi Lamaschke und Svenja Siebert. Und Fredi und ich zusammen schultern mit mir wollen. Da haben ich das Abschluss verschoben. Uh, Risiko. Du tritt selbst, tritt selbst und am nächsten Tag schultern. Geht denn das? Ja, Fredi, das kann man machen. Auf jeden Fall. Ich freu mich richtig, Mann. 183er. Ich weiß, definitiv 200 kommen. Bei der Wettkampf. Sicher. Hallo, Wupsi. Hallo. Hallo. Hallo, Wupsi. Hallo, Wupsi. Welche Ausbildung hast du gemacht? Ich weiß jetzt nicht, wie du meinst. Dich? Oder dich? Welche Ausbildung hast du gemacht? Ja. Ja. Ich bin gleich Quereinsteiger als Trainer gewesen. Ja, Mann. Aber am meisten hast du gerade, würde ich sagen, in den letzten vier, fünf Jahren. Das kann ich dir definitiv bestätigen. Ich kenn den auch schon. Ja. 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 Welche Daumen haben wir jetzt? 180. 180. 180. Bei 250 Daumen. Mach ich nochmal 180 dreimal. Mal sehen, ob wir 250 zu lang kriegen. Ich versuch die nochmal. Ihr habt gesehen, wie schwer die dritte war. Das schenkt mir einen Daumen hoch. Das ist immer gut für YouTube. Daumen wollen wir gerne haben. Ja. Mein Kiro schreibt auf dem Klinkbuch. Wie für ein Schreiber trainieren Kiro? Ich wollte sonst wischen durch. Aber ich habe ja jetzt irgendwie... Ja, eins zu betreuen. Ich muss halt, ich vergesse das Gewicht immer mal. Ich komme mit dem neuen Gewicht überkomm ich klar. Ja, der Kiro ist auch schon ein bisschen älter. Der Kiro schreibt ja. Da kommt doch schon von Volk vor. So, was sagen die Daumen hoch? 215. 215. Ich habe ja noch 250, ne? Das ist aber warm jetzt. Heute geht man 80 zum dritten Mal. Dreimal sein. Dreimal drei. Das ist ein super Trainingskonzept. Das kann man genauso machen. Klimmzugtechnik ist interessant. Klimmzugtechnik ist interessant. Ja, da bin ich genau der Richtige. Ja, wollte ich gerade sagen. Johann ist genau der Richtige. Meinung zu Pit Force. Super Geschichte. Super, super Sache. Gerade wenn man das richtig lernen möchte, ist Pit Force eine richtig geile. Wende ich sogar auch manchmal an. Ja. Ich finde es auch gut. Grüße übrigens an Carsten Fitzgerald. Der will ja immer nicht Erfinder gelangen werden. Der Entdecker, der Creator des Systems. Die ist auch nicht raus. So Leute. Wie ist das dann? Wie ist das dann? Ich muss da ran. Ich trafze jetzt auch mein Elbow. Ich muss ja nach vorne gucken. Ich bin raus. Ich werde da mal meinen besten Volley und nicht mit der Hammer hier aufpacken. 224 haben wir jetzt. Johannes wiegt derzeit 130 Kilo. Du wirst besser in den Klimm ziehen, wenn du weniger isst? Ja, das ist richtig. Ich werde auch besser Klimm ziehen, wenn ich mir vom Bein amortiere oder keine Beine mehr trainiere. So komm, konzentrier dich, die letzten drei. Mit 180 Kilo, die letzten drei. Konzentration. Eins, zwei, hopp! Sieh zu, komm! Eins, Luft rein, Luft! Zwei! Ja, da mach ich jetzt nur noch zwei. Das hat den Daumen gelegt. Aber ihr seht, ich hab maximale Kraft, maximale Intensität. Wir haben vorher gespart uns einiger Ohm. Leider. Und nein, ich filme nicht in den Spiegel. Du musst jetzt noch einen nachlegen. So, jetzt Kilo dran. Scheiße. Schon mitten im Satz. Oh ja, damit er keine Hunde hat und sein Fingernchen bekommt. Schaut mal. Ach, wie süß. Ach, du brauchst den Nacken des Remos. Ja, pscht. Technik-Polizei würde jetzt sagen, irgendwo weiter zusammen. So weit bist du noch nicht. Der Junge in meinem Hintergrund möge bitte auf seine Kreuzweite rachen. Kommen Sie nicht! Marcel! Marcel, ich hab mich in den Kopf. Marcel, es tut mir unheimlich leid. Na toll, und es ist live. Ich habe mich nicht korrigiert, Leute. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ist für lieb. Alles richtig. Ist für lieb. Marcel hat sich vorher nicht getraut, mich anzusprechen. War süß. Ich hab gesagt, man, komm doch vorbei. Ach, das lässt du mal live sein. Jetzt hast du schon einen YouTube-Livestream mit dabei. Siehste? Ist das jetzt schon live? Das ist ein Livestream. Sag mal, hallo. Hallo, Leute. Ja, Sie müssen schon. Was denn? Ich trainiere jetzt seit, bei Kiro bin ich jetzt ca. seit drei Jahren. Aber so richtig mit Ernährung, wie es heute war, mache ich das auch seit anderthalb Jahren. Und immer aufgrund des Studiums dann mal mit ein bisschen mehr Power dahinter und mal ein bisschen weniger. Okay. Ja. Und wie gesagt, angefangen auch bei Kiro. Kiro das erste Mal empfohlen, wie geht das mit dem Ernährung los, wie geht das mit dem Training los. Und ja. Dann haben wir die richtige Kette jetzt. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Funktioniert auf jeden Fall so. Du verstehst frei war auf jeden Fall schon gut. Ja. Du hast es von mir? Ich hab's von ihm. Ja. Ja. Diese Schlüssel sind trotzdem. Ich hab's mit 30 Kilo. Ich hab's mit 130 Kilo. Lieblingsgebundenes Gewicht. Johannes. Ja, was denn? Du sollst dem Mädchen dahin mal richtiges Seitheben zeigen. Ja. Ne, Leute, wenn ihr euch nicht fragt. Schöne noch mal einen Buchstreit. Dann lasst uns das. Oder sprecht ganz mit die Leute. Andere fragt noch mal, entschuldigung, darf ich dir mal einen Tipp geben? War nicht so schlimmer, als wenn du jemanden kritisierst. So, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, ich will hinten oder ich weiß nicht, vorne. Ja, ich bin schon. Geht doch gut heute. Du sollst mal bitte anspannen, ich weiß nicht was, aber du sollst anspannen. Entschuldigung, ich fühle mich echt flach. Du musst essen rein. Wie groß bist du? 1,88 cm. 130 kg Klimmzügelriss. Ich muss euch mal die Romano angucken, was der macht. Versuch mal ein Muscle-Up. Später. Ja, um Masse da abzukönnen, müsst ihr im Klimmzug richtig gut sein. Müsst ihr euch das haben. Richtig. Am besten bis zur Brust zu scharre ziehen. Du bist eine Legende. Du bist eine Legende. Ja, ich fühle jetzt das Wort echt unfassend. Komm! Fette Hufeißel. Fette Hufeißel, komm. Knie knack. Ja, knack. Es ist weg. Immer wenn ich mit der Kamera rangehe. Und push. Wie lange wollen wir den Livestream machen? Wir sind jetzt bei knapp 32 Minuten schon. Ich bräuchte eine Übung für den unteren Rücken. Das ist ein Mädchen, die Nachricht war leider zu schnell weg. Ich sehe sie gerade nicht mehr, konnte nicht zu Ende lesen. Sie hat wohl Probleme mit dem Becken. Okay, guck mal, was ist denn wohl hier denn? Kann man jetzt hier reinbezieren? Macht gerade nichts. Er ist da. Er ist da! Sind wir wieder online? Ja. Und bevor Sie dann hier wieder abstürzen, sagen wir tschüss, oder? Tschüss sagen, ne? Komm! Du hast hier so einen... Also, WLAN... Ich meine, du hast ja den Bostel hier im Aktiv-Fitness-Treffen nicht so geil. Aber wir sind ja auch nicht hier und mit dem Handy, um uns zu euren zu lenken, eigentlich hier und zu trainieren. Von daher, vielen Dank, dass ihr hier zugeschaut habt. Ich grüße Ihnen raus, dass es mal von dem Bostel ist. Daumen Sie natürlich nicht für den Kanal abonnen, falls ihr nicht interessiert. Von und mit Piro wird auf jeden Fall noch mehr Material kommen. Das versprechen wir euch, okay? Liebe Grüße, ich wünsche euch schönes Wochenende für Spaß. Danke. Ciao, ciao. Ich mach hier noch eine Klitzidee ein bisschen, ne? Machen wir aus? Kannst du ausmachen? Warte. Wo kann man denn ausmachen? Gute Frage. Livestream beenden? Teilen? Auch nicht? Ist der krumm, oder? Hm. Mit diesem Lassen kann man leider nicht beenden. Hm. Warte. So, Leute, jetzt müssen wir mal gucken. Wo bin ich jetzt? Mikrofon ausschalten, Teilen abrücken. Doppel-PC. Und hier oben, oder? Aber normalerweise nicht. Was haben wir hier? Super Chat, keine... Hm. Ich drücke jetzt hier einfach aufs Kreuz, Leute. Und dann sind wir raus. Hm? Peace. Zack. Möchtest du den Stream wirklich beenden? Jawohl, das wollen wir. Geht ihr nochmal eine kleine Keule? Tschüss. Tschüss. Ich weiß, tschau, tschau.